Hast du dir den von Elgato geholt, den Greenswing, Paul? Da kommt ein Damen auf dich zu. Das ist ein bisschen eglisch. Ich habe deinen Sinten. Du bist er? Richard? Ich bin was erinnert von ihm. Der Schmerzige Wund. Der Sand auf dem Stump. Alles wegen der sie. Der Schmerzige Wund. Ich weiß dich, Junge. Du riechst einfach wie sie. Wie die Frau, die du wegen dir? Die Frau, die du schiefst? Sie kam zu mir. Weil sie nicht mehr zu gehen hat. Wo war dein Vater? Wo warst du? Shut up! Stopp. Du wirst dich wie ihr sie bin! Sie war die Licht der meiner Leben. Die Wärme der meine Schmerz. Deine Schmerzige. Die Schmerzige. Sie hat ihn weg. Es ist kaum noch was. Jetzt sind es nur deine Träume. Ich mich auf dich ganz leid. Du bist nichts. Ich bin, ich bin, ich bin. Du hast mich abgeholt. Du hast mich abgeholt. Du hast mich abgeholt. Du hast mich abgeholt. Du bist ein Fiend. Ein Monster. Dieser Mann. Thomas. Was ist er? Der Mann ist derjenige, der die die Seine verbreitet. Derjenige, der sie verbreitet. Aber du... Ja. Ich weiß, dass du... Du kannst mich frei setzen. Ich kann es fühlen. Bitte, mach es. Du hast mich abgeholt. Du hast mich abgeholt. Du hast mich abgeholt. Du hörst mich? Du hast mich abgeholt. Du hast mich abgeholt. Dann gib mir das. Bitte. Du kannst nicht existieren. Das ist alles, was ich will. Ich bin so ein Fieber. Du denkst, dass sie mich abgeholt wird? Du? Ich bin nicht der Herrschluss. Ich bin nur der Herrschluss. Ich bin nur der Herrschluss. Geh weg. Richard? Der rote Haus. Du gehst weg. Dann verzeihlich. Du hast den Kinderfresser fortgeschickt. Du, bis dann, Paul. Das war nicht nur eine Gefahr. Es war eine Erinnerung. Ich muss um sechs wieder raus. Ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung. Es ist ein rotes Haus. Whatever es ist, ich kann es fühlen, wie es sich auf mich fühlt. Da, in den Wards. Findet er einen Weg durch den Wald. Okay, befreie Richard von seinen Dämonen, das haben wir. Die Klaming in den Neu... ... steht die Festung von Großer aus dem späten 1909 wird demnächst renoviert und eröffnet ... wer arbeiten werden, woraus sich im nächsten Jahr beginnen und bis 83 dauern. die war nature park ja das sieht ziemlich naturmäßig aus hier ja 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 Was ist das für ein Geheimnis? Was ist das für ein Geheimnis? Was ist das für ein Ort? Oder etwas anderes? Oder das ist das für ein Geheimnis? Das ist der Geheimnis. Es ist eine Grafik. Wenn wir sehen, ob noch ein Geheimnis ist. Ein großer und toter Baum. Dachte, es wäre etwas gewesen. die kameraführung ist ganz strange siehst du siehst du siehst du siehst du siehst es klappt auch kommen nicht rüber hier Eeeh! Geh mal weg. Eklisch. Diese Tiere, sie sehen, verwendet worden. Wie etwas die Leben aus dem. Geh mal weg. Oh Gott! Oder ein Hund? Kleiner Wolf. Mit einem Schuh im Hund. Was hast du da? Oh hey! Warte! Ja, ich folgte ja schon. Ich hab's verstanden. Also, da bin ich. Ich folgte meinen neuen bestem Freund. Ich hoffe, dass er nicht so verletzt wie ich war. Ich habe mir gedacht, dass er mich mit seinem eigenen. In eine Art. Ich glaube, er hat er. Warte. Warte. Was ist denn, Freund? Oh, lass uns sehen, was wir hier haben. Guck! Warte. Da war doch was. Lass sie schmecken, mein Freund. Was los? Was willst du? Was willst du? Dass ich... den Weg hier? Wollte ich da sowieso. Wolltest du einen Sint? Hey! Anyone in there? Alles sehr vertrauenswürdig aus. What's wrong, boy? Zombie? Is someone in there? I'm sorry. I'm sorry. I'm so sorry. Hello? I wish I could see you again. I miss you so much. Why did I stay? Why did I let it out? They're all dead. Because of me. What the hell? And I'm still here. I shouldn't be. Hey. You alright in there? You shouldn't be. I can see you. I can see you. And that means... I get you. I'll see you too. I can see you too. Oh, of course. What else did you expect, Marianne? I think that's him. After they closed down the resort. Did he just stay behind? What is it, boy? Was he your friend? He looks... Drained. Rotted out from within. Just like those animals I saw earlier. Oh, why did I shoot out of the head? Oh, why did I shoot out of the head? You're right. I don't know. I don't know. What is it? Oh, God. It's that thing again. I don't know. I don't know. I don't know. What? Ah, die sind wieder die segelhafte Vieh. Das ist so... Geh weg! Natürlich, ich bleib stehen, damit du mich anziehen kannst. Geh weg! 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 Oh... Hm? Der Controller dreht gerade ab. Erst mal eviprieren, ohne Ende. Jetzt ist es... Jetzt wieder. Da ist es schon wieder! Nein! Nein! Was ist denn hier? Oh, hey, hey! Geht aber durch! Warum willst du das Ding? Geht doch das Ding hier! Zu langsam. Es hat sie... Oh... Ich wurde angezogen. Oh... Ich... Ich... Ich helfe dir auf dich. Ich sollte nicht hier sein, Marianne. Marianne... Ich habe es trotzdem noch nicht verstanden, der Sinn von dem Spiel. Also, die Geschichte dahinter. Es ist echt ein bisschen... ...deprimierend. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Jetzt... Dann wird die Kette nicht durchgeschnitten. Dann wird sie... findet sie einfach mal gut dass wir den bolzensteller gefunden haben der generator und wenn sie ihn finden wenn sie ihn und einen hebel Ich glaube da haben wir schon mal Benzin gefunden. Komm schon Bolt. Jetzt nicht zufällig. F***, das war laut. Ah, ok. Ich habe keine Freunde. Was ist denn in dieser in die richtung nicht ganz verstanden wie ich das aber du bist ja nicht im spiel Die hat so eine Linkstrallneigung die fällt immer nach links Dann komm ins spiel und tötet das Vieh Wenn du ein Freund sein willst Was ist das? Oh, 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 oh. Was ist denn? Das war doch nicht so dumm. Ach, ey, das Vieh macht mich fertig. Ich hab trotzdem keine Ahnung, was es hier geht. Ich mach einfach das, was das Spiel mir sagt. So wie in meinem Leben. Spiel mit mir. Wir werden die Taschen dabei aus tun. Wir werden die Taschen dabei ausnehmen. Sie können die Taschen dabei ausnehmen. Sie können die Taschen dabei ausnehmen. Ich werde dir gehen. the way to die Taschen dabei ausnehmen. Geh doch mal durch! Warum gehst denn du nicht durch? Awww. Alter. Ein Ding in my way. Hilfe! Jack sagt Hallo. Oder war es? Warum? Hast du ihn hier gebracht? Warum? Wird ja froh, dass das Finish springen kann. Was ist das? At least this could come in handy. Ah, ah, okay. Okay, das hat ein Problem mit Lärm oder Licht? Blitzer. Ah, easy. Oh. Bezweifeln ja mal, dass das Benzin noch gut ist. Okay, die Gäste örtet. Jetzt lasst uns das verdammt. Lärm? Lärm? Da ihr seid! Okay. Still down there. Let's do something about it. Come to me. Shut your fucking mouth! Okay. Ist es nicht. Leck. Irgendwas stimmt doch im Moment nicht, ey. Oh god, ey. What is that? Sounds like...